Bist du es auch leid, so wie ich, dass deine persönlichen Daten in irgendwelchen fremden Datenbanken landen? Oder glaubst du vielleicht an einen Weihnachtsmann und daran, dass diese Datenschutzeinstellungen irgendwas daran ändern, dass deine Daten wirklich nicht an Microsoft geschickt werden? In diesem Video möchte ich dir zwei Varianten zeigen, wie du zu 100% sicher gehen kannst, dass keine deiner Daten wirklich zu Microsoft wandert. Dabei zeige ich dir eine einfache Variante, allerdings brauchen wir hier eine weitere Software und ich zeige dir eine erweiterte Variante, dort benötigst du gar nichts. Als erstes gehen wir auf die Seite oo-software.com und laden uns ooshutup10++ herunter, das ist eine Anti-Spyware Software für Windows 10 und für Windows 11. Der Download-Link befindet sich direkt hinter meinem Kopf, nämlich hier der grüne Button. Den Link habe ich dir unten in die Videobeschreibung gepackt. OO Software ist eine relativ bekannte Software in der Community und muss nicht installiert werden. Nachdem wir das Ganze heruntergeladen haben, können wir das in einen eigenen Ordner kopieren und hier einfach mit Administrator-Rechten öffnen. Ohne eine Installation haben wir das Programm direkt geöffnet und ganz wichtig, hier oben muss eben Administrator stehen. Hier kannst du zuerst mal einstellen, ob du das Ganze nur für deinen Benutzer haben möchtest oder für den gesamten Rechner. Obwohl das Ganze nicht installiert werden musste, werden diese Einstellungen gespeichert. Das heißt, du musst das nicht jedes Mal neu treffen, sobald es einmal aktiviert wurde, bleibt es auch aktiviert. Hier hast du eine wirklich lange Liste, welche Dinge du an Microsoft sperren kannst. Du hast ebenfalls auf der rechten Seite einen Spalter mit Empfohlen, mit Ja oder Nein. Dinge, die hier ausnahmslos mit Ja gekennzeichnet sind, kannst du bedenkenlos aktivieren. Dinge, die nicht empfohlen sind, würde ich nur machen, wenn du wirklich weißt, was du machst. Zeilen, die mit Ja markiert sind, werden nämlich nichts an deine Experience ändern. Bedingt kann eventuell zu Beeinträchtigungen führen und Nein verändert wirklich die Art, wie du mit Windows umgehst. Sobald du eine Einstellung aktivierst, fragt er, ob du einen Wiederherstellungspunkt erstellen möchtest. Das solltest du sowieso machen. Jedes Mal, wenn du irgendwas am PC änderst, kann einfach was daneben gehen. Sobald du das nun aktiviert hast, restartet deinen Computer und es funktioniert sofort. Ich empfehle dir das Ganze einfach durchzulesen oder du nimmst die schnelle Variante und gehst hier oben auf Aktion und sagst alle empfohlenen Einstellungen anwenden und du bist in einer Sekunde vor den Großteilen sicher. Die Software empfiehlt dabei, dass du jedes Mal nach einem Windows Update nochmal reingehst und siehst, ob deine Einstellungen noch immer zutreffen, denn jedes Mal bei einem Windows Update könnten sich manche Dinge hier zurücksetzen. Ebenfalls solltest du regelmäßig die neue Version dieser Software herunterladen, damit du auch wirklich alle richtigen Einstellungen hier drinnen hast. Wie gesagt, das ist die erste Variante und benötigt eine Zusatzsoftware. Ich weiß, viele von euch da draußen möchten nicht vor allem für solche Dinge, die schon gegen Datenschutz sind, noch eine weitere Software dafür zu installieren. Aus diesem Grund gibt es eine zweite Variante, die wirklich nur mit Windows selbst funktioniert und trotzdem alles von Windows blockiert. Wenn ich die Software übrigens nicht mehr benötige, kann ich das Ganze natürlich zurücksetzen und zwar unter Auktionen alle Änderungen rückgängig machen, dann komme ich wieder zu den Werkeinstellungen zurück. Danach kann ich die Software einfach schließen, ich benötige den Hinweis nicht mehr und theoretisch sogar entfernen und ich habe nichts mehr mit der Software zu tun. Für die nächste Variante und die Variante nur mit Windows müssen wir jetzt tief in die Werkseinstellungen eintauchen. Dazu gehen wir unter C, Windows, hier suchen wir System 32 raus, hier gehen wir dann nochmal in Drivers und hier in ETC. Wir benötigen in dem Fall das Hosts-File. Damit wir hier nichts weiter zerstören können, werden wir zuerst das Hosts-File backupen. Das heißt einmal rechtsklick kopieren und erneut einfügen. Ja, wir möchten das Ganze zustimmen. Damit ich weiß, dass das mein Backup ist, nenne ich das Ganze jetzt einfach um und sage Hosts-Bus. Backup. Nun können wir auch schon arbeiten. Damit ich jetzt das Hosts-File bearbeiten kann, denn solange ich in System 32 bin, darf ich das nicht, ziehe ich das Ganze jetzt einfach auf meinen Desktop raus. Mit Rechtsklick und Öffnen mit, öffne ich das Ganze im Editor. Sobald wir diese Datei geöffnet haben, sehen wir was eigentlich dahinter steckt. Und zwar, hier drinnen stehen eigentlich nur voreingestellte Dinge, wenn ich genau das in meinem Browser eingebe bzw. das ansteuere, soll er auf diese IP gehen. Alles mit Hashtag davor ist lediglich ein Kommentar und wird nichts ausgeführt. Das heißt, in diesem Dokument ist aktuell nichts drinnen, was gerade ausgeführt wird. Hier unten kann ich dir jetzt ein eigenes Beispiel zeigen. Und zwar habe ich ja die Website neugewin.de, wo es immer aktuelle Excel- und Wordkurse gibt. Die hat natürlich eine eigene IP-Adresse. Ich kann davor allerdings definieren, bitte geh immer auf die Domain 0.0.0.0. Jetzt heißt es im Browser, wenn ich auf neugewin.de gehe, soll er eigentlich auf diese IP-Adresse gehen. Ich speichere das Dokument, schließe es und ziehe mir das Ganze wieder ins System 32 rein. Keine Sorge, es verändert nur diese eine Seite. Wenn ich jetzt wieder zurück im Browser bin, hier habe ich noch, oh shut up offen, kann ich ganz einfach auf neugewin.de gehen. Neugewin.de eingegeben, Enter gedrückt und ich bekomme hier einen Fehler, obwohl die Website natürlich eigentlich erreichbar ist. Alle anderen Seiten sind weiterhin erreichbar. Das heißt, ich kann hier drin ganz einfach browsen, nur neugewin.de funktioniert nicht. Wenn ich das Ganze wieder auf den Desktop ziehe, mit Rechtsklick, Öffnen mit und dem Editor Starter, kann ich hier unten auch wieder diese Zeile rauslöschen, speichern und wieder zurück in den Ordner kopieren. Und nun kann ich im Browser wieder auf meine Seite gehen, die wieder online ist und wo aktuell noch immer die Halloween-Aktion für 2024 läuft. Du siehst also, ich kann mit einem Eintrag in Hosts eine komplette Website sperren. Vielleicht hast du jetzt bereits die Fäden verbunden. Was wir jetzt machen werden, wir nehmen eine Liste aller Webseiten und Domains von Microsoft, die Datenkragen, Tracker oder andere Telemetrie-Links beinhalten. Diese Links müssen wir uns nicht selbst raussuchen, sondern hier ist das Ganze bereitgestellt auf github.com. Das habe ich dir ebenfalls unten verlinkt. Hier unten haben wir Microsoft für Windows, Office und Co. Du siehst allerdings, wir haben auch andere Dinge wie Amazon, Apple, Huawei, Samsung und Co. Wenn dir also Microsoft nicht genug ist, kannst du auch andere Dinge hier direkt blocken. Hier oben findest du Hosts. Diese Spalte brauchen wir, also Spalte Nummer 2. Hier unten haben wir Microsoft und gehen direkt auf den Link. Das letzte Update war der 26. Oktober, das heißt es zahlt sich wirklich aus hier regelmäßig reinzuschauen. Und was du hier sonst noch siehst, ist eine grundsätzliche Liste von 0000, so wie wir es gerade gemacht haben mit allen möglichen Domains und Webseiten. Hier wird zum Beispiel etwas von Bing blockiert. Hier unten wird von Word, von PowerPoint die ganzen Telemetrie-Seiten blockiert. Das einzige, was du jetzt machen musst oder müsstest, ist dir diese ganze Liste, genau wie wir es gerade gemacht haben, in Hosts rüber zu kopieren und du hast mit einem Schlag out of the box alle Telemetrie-Daten von Windows blockiert. Beide Varianten, die ich dir gerade gezeigt habe, machen grundsätzlich das gleiche, das eine einfach mit einer weiteren Software, das andere über eine Hosts-File. Ich bitte dich erneut, bitte mach ein Backup in beiden Varianten. Bei solchen Dingen könnte oder kann immer mal wieder was schiefgehen und ich möchte dann bitte keine blöden Kommentare sehen, bitte ich habe meinen Computer zerstört. Ich persönlich nutze die System 32 Variante und hatte bisher noch keine Probleme. Allerdings nicht hier auf dem Aufnahme-PC, sondern auf meinem privaten PC. Falls dir dieses Video weitergeholfen hat, würde ich mich wirklich über einen Daumen nach oben freuen und schreib mir unten in die Kommentare, ob du sowas oder etwas ähnliches verwendest. Falls dich Videos rund um ein digitales Office interessieren, überleg dir diesen Kanal zu abonnieren. Bitte schau dir noch eins dieser Videos hier an. Es freut mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!